Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games. Ich spiele aber nicht allein, sondern mit dem Elbasti. Ich bin jetzt hier gleich in die Schluft gesprungen und in die Lara, aber werde zum Glück jetzt gleich wieder hochgeportet. Ich bin jetzt in 15 Sekunden. Genau geht's los. Ich hab das Kip meiner gewählt, das ist anders. Ja, aber ich darf es auch wieder was auch. Yeah, 3, 2, 1, 0. Und los geht's und ich falle. Oh, wie lustig. Hier, der eine verzauberte Axt gehabt. Ich weiß, das war wahrscheinlich wieder so'n Scheiß, der hat sich wieder was verkauft. Ey, will der sich wohl verpissen? Oh, ich hab schon Holz. Ja, ich geh schon mal weiter. Okay. Geh schon mal dorthin, wo wir hinwollten. Ja, ich geh auch dort drin. Wenn ich es wieder finde. Ja, ich hab' so'n Komiker. Ja. Ich hol' Pilze. Gut. Ich hab' nämlich so'n Pilz, weil schon wieder entdeckt. Und die Weißen gehören mir. Ja, alle wir. Gib mir den Scheiß, den Scheißholz. Den Scheißholz, genau. Voll korrekte Scheißholz. Okay, das hat sich so'n Scheiß. Hey, der ging einfach weiter grad. Der hat gar nicht auf die Pilze geachtet. Lol, egal. Scheißholz. Ich hab' unsere Sachen schon wiedergefunden. Gut, ich komm' dann gleich. Ich hab' mal. Na komm, Holz. Neun Holz. Neun Holz. Und ich komm'. Ich komm'. Ich hab' jetzt schon mal ein Holzschwert für Abwehrung. Ohne ein Steinschwert. Ich hab' mich für zu unterbauen. Oh, jetzt kommt James Bond Cover. Ja, Musik von Papa Flügel. Papa Flügel. Papa Flügel. Ich finde es ziemlich geil, dass er die so frei sozusagen zur Download gibt. Lol, wir sind auf einmal klühe. Oh, und in sieben Minuten bin ich. Wahrscheinlich sieht man hier am Anfang nicht. Ja, kann auch sein. Oh, ich bin tot. Warum das jetzt schon? Hallo, hallo. Oh, er hat aufgehört mich zu töten, lol. Also nicht, dass es jetzt was dagegen hätte, aber... 2G, ein Wichs Kind. Ey, also echt nicht in der Aufnahme hier. Ja, sorry. Das kannst du ja bitte rausspringen. Ja, weißt du, ich mach' mir die Arbeit und leg' dann ein Wieb drum. Ne, natürlich nicht. Oh, das sind überall Kühl bei uns. Genius. Äh, wo bist du jetzt? Bei der Insel, wo wir hinwollten, bei der Fliegen. Aha. Oh, kann ich nicht mehr. Ja, äh, ich sterbe wahrscheinlich jetzt gleich. Super. Ja, ich sterbe. Ich kann nicht rennen, ich kann gar nichts mehr. Ach, super. Und bist du schon tot? Ja, schon lange. Aber super. Dann baue ich mich lieber mal hoch. Ah, super. Und bist du schon tot? Ja, schon lange. Dann baue ich mich lieber mal hoch. Ah, super. Ich komme dann, wenn ich tot bin. Ja. Ich komme dann, wenn ich tot bin. Oder doch nicht. vielleicht nicht was. Ach, da war ich noch nicht. Einmal weg. Ach, du hast. Ja, ich klein' pflicht. Ganz, ich kann es zurückgehen. Ah, mein Mann. das gibt es gar nicht und nachdem noch was zu essen wo es nicht scheiße fach 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 schwein schwein genau schwein und ich will nicht verrecken verwecken los schwein ich habe überlebt du lebst noch ich habe ja sagt nicht dass ich nur das war nicht sagen soll müssen sie selbst als ich darf das mit natürlich du hast alles ich bin ich glaube ich bin gleich gut ich habe noch ein herz und erläuft und so ist wo man es so ist er auch mal was neues ähm mehr spieler wir gehen auf ähm b8 b8 oh man okay geht nicht mehr wir gehen auf um sie zwei schnell ganz beidigt wir sind zwei zu zweifel Schöscher 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 kommt drauf ich komme ganz drauf für den nun getrennt okay dann jetzt wieder b8 wieder b8 wir arbeiten er ziv 4 4 ja da gibt es eine Seite die wähle ich unten in den Link hauen ja ich bin oben ähm wie lange dauert das noch 10 4 4 Minuten ich sehe dich ja ich tue mal schnell eine Pause rein und fange dann wieder an wenn es los geht bis gleich 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 bis gleich